Moin moin, ich bin's wieder, euer MaxDeos in Let's Play Here in the Forest. Joa, das ist mir aufgefallen, als ich die Aufnahme beendet hatte, hatte ich mir eben auch noch schnell einen Kaffee gemacht. Und ich wusste nicht, dass wir beim ersten Mal sterben hier landen, oder ich hab das zumindest vergessen. Fördung ist auch ein bisschen spät. Der Kaffee ist verdammt heiß. Joa, jetzt liegen wir da. Leben ist so gut wie am Arsch, aber wir haben keinen Wurst mehr. Äh, Inventar haben wir noch im Grunde alles. Okay. Okay, irgendwann nix. Wir haben was von dem. Geld und Geld. Und noch mehr Geld. Jaa, okay. Was, mehr Schädel? Alles wohl. Wir werden nicht so sterben. Bitte ziehen. Nice. Suchen, Klebeband. Und man darf. Haarspray gefunden. Haarspray? Mit Feuerzeuger wenden. Okay. Aber wir haben... Wollen wir Medizin? Wo ist das hin? Outfit? Blaue Jeans? Und... Blaues T-Shirt, okay. Und hier... Flugbegleitung vor. Müssen wir nicht unbedingt tragen. Wir haben ein neues Hinweis. Wir haben jetzt ne Map. Ich gehe von aus, dass wir die Pin-Nadel sind. Medizin gesammelt. Nice. Haben wir wieder was. Sender. Kompass gesammelt. Kompass. Okay. Kompass. Wo ist denn der Kompass? Da ist der Kompass. Kompass. Ausrüsten. Ah. Okay. Ich würde aber gerne wieder aufs... Licht gehen. Da gibt es wieder Geld. Noch ein Hinweis. A jealous god punishes parents' fault on their children. Edel. Snack gesammelt. Aber nice, dass wir jetzt ne Kater haben. Also drauf gehen mussten wir so oder so einmal. Okay. Ich habe Angst hier weiter zu gehen. mich verfolgt auf jeden fall das ungute gefühl wir werden gleich so noch mal drauf ich will hier raus ich muss den vorbei nein komm her da sind wieder fledermäuter die werden gleich wieder laut oder? nein das sieht verdächtig aus ja da tut sich was seile? war es nur wegen seilen war ich jetzt hier neues Tier in der Kledermaus wahrscheinlich sag mich ob ich den Ausgang noch finde da will ich irgendwie nicht hin das sieht nach dem Ausgang aus ja wir trinken Alkohol und essen Snickers mal eben bitte sag mir nicht wir sind jetzt noch tiefer in die Höhle auch wenn ich nur eine richtige Taschenlampe oder sowas hätte geht auch noch weiter ich hatte richtig Angst nur hier raus habe ich auf jeden Fall was gehört oh boah anscheinend der Tief der da hinten war wie ein einfacherer Gegner zu sein ich fühle mich gegen äh wo sie jetzt sind gegen hier Tom Rosen Jonas und Muschiklaus da fühle ich mich auf jeden Fall noch nicht gewachsen so den haben wir da ist noch einer und dann da cool was ist das? nein ok wir haben ordentlich eingeschleppt wieder ich kann jetzt auch nicht Das ist eine Knie. Nice. Noch ein Schädel, aber hier ist noch ein Hinweis, keine Ahnung was das ist, aber Snacks, noch einen kleinen Stein, da stehen wieder ein paar, ich gehe mal lieber da hinten weiter gucken, da war ja noch ein Weg da ist das sieht nach einem ausgang aus hier waren wir glaube ich schon ja von hier kamen wir eben kleinen flug noch mal vom kaffee und eben ganz schnell weiter ich glaube an den beiden müssen wir sogar drei glaube ich oder drei ja ja wenn sollt ihr ja ja ich habe ich ja schon scheiße kann ich nicht mitnehmen passette gesammelt alkohol gesammelt alkohol alkohol wir werden definitiv nicht verdursten mit 2 alkohol können wir noch zusätzlich haarspray pressen ich bin mir eben eins oder vielleicht ein 2 ich hoffe das der weg nach draußen ich will auf jeden fall raus ich habe hier angst in der höhle ich bin alleine kalt und dunkel will zu mama frag mich auch gerade warum tue ich mir das an dieses spiel aber scheint ja bei euch auf jeden fall beliebt zu sein also so wie ich mich hier einscheiße werde ich das auch noch weiterhin spielen da ist auch für gefunden was auch für blaue jeans graue links okay ich kann eh nicht sehen was ich da anhabe hier sind noch mehr flugsätze auch interessant platziert wurden alkohol haben wir auch genug dann trinken wir uns mal ein okay Okay. Ich will gerne wissen, wo ich jetzt hier rauskomme. Ich glaube hier ist nicht die selbe Höhle wie vorhin. Ich hatte kurz gedacht, dass es dieselbe Höhle ist wie vorhin, wo wir auch reinkamen. Wo wir verstorben sind. Ja. Gestorben sind. Ja. Die Weiß, mir ist kalt, mir ist nass. Daumen. Feuer. Einfaches Feuer. Und schmeißen Geld drauf. Ja. 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 Jetzt sind das Rahmenbedingungen. Ja, wo müssen wir hin? Wo gehst du hier jetzt raus? Er sagt bloß, ich muss mir den Weg zur Freiheit ertaufen. Okay, wo ist denn der Ausgang jetzt? Ernsthaft. Ich weiß auch da nur eine wenische Rehe chi千fänger. Ja, von hier kam er, bzw. hier waren wir ja schon, so meint ich grad. Bitte sag mir, dass das der Weg nach draußen ist. Nee. Nur wieder bei den Spielen, ey. Deck mich doch am Arsch. Ich will doch nur raus. Ich renne hier nicht mehr. Ich renne hier nicht mehr. Ich renne hier nicht mehr. Ich hoffe, ich hab hier was gefunden. Hm? Oh. Hä? Kann mir einer mal sagen, wo es hier raus geht? Ah. Mal warten. Warum hängen kann ich? Ich kann den Tag aufmachen. Kabel. Ich renne hier nicht mehr. Ich renne hier. Okay. Ähm. Pfeffer? Okay. Haben wir schon genug. Mal weiter auf, kriegen wir es nicht. Ich brauche jetzt was zu essen. Ich renne hier. Hier. Mal weiter auf. Wie kommen wir gleich. ev États in die Peninsule. jetzt haben wir uns jetzt rot angemalt oder wie aber sie nicht noch mehr Was ist da hell? Fuck! Limo! Neue Axt! Nice! Na davon haben wir immer noch genug. Ja, das muss ich hier markieren. Markierung bitte. Wo waren die nochmal? Hier Signalklabe. Machen wir. Hier? Mh... Hier nehmen wir... Hier nehmen wir blau. Nochmal treiben. Selbst T-Shirt. Das klingt irgendwie mehr nach mir. Aber was war jetzt das andere? Tanfarben, T-Shirt und Kaki-Beans. Boah, das würde eher hier mehr passen. Und... Hier sind Pfeile und... Hier sind alles Pfeile und... Ja, okay. Aber... Aber... Ich würde sagen... Den Weg zum... Ausgang... Äh... Suchen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und... Ciao! Hier sind alle. 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 Ja, ich würde sagen... Anrufe. Hier sind alle. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018